moin leute was geht mein name ist youtube gamescom auf der playstation 3 und herzlich willkommen zu meinem camper spezial video und zwar ist dieser spieler ein camper genau blitzkrieg du 70 so heißt dieser spieler dieses gameplays und jetzt zeige ich euch mal die spielweise eines campers passt mal auf er ist ausgestattet mit der mp7 mit diamanten drauf um natürlich die wenigen weiblichen zockerinnen zu beeindrucken kannst du machen wenn du willst und da hockt er nun in der ecke und wartet darauf dass er irgendwas killt so wir können auch mal schnell raus scrollen und da hockt er und wartet auf die ja oft die feinde guckt ihn euch mal an aber irgendwie ist es auch niedlich wie er hier hockt und darauf wartet zu killen oder zu campen camper kills anzuwenden der hockt da und 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 da ballert er schon einen ab der arme typ da konnte sich nicht wehren und kämpft hier weiter und platziert hier auch noch was böses ich glaube das sieht aus wie eine claymore da würde ich jetzt nicht gern rein rennen wir beschleunigen das ganze ding mal und da haben wir schon wieder die zweite situation sorry für meine kamera bewegung ich weiß nicht ich habe glaube ich zu viel zucker getrunken so der geht da rein na klar er stirbt wieder der camper ist in einer guten position er ist nicht zu sehen er ist in einer dunklen ecke und da geht es weiter wir warten und warten und warten und jetzt haut er aus dem versteck raus jetzt passiert gleich was achtung jetzt passiert was cooles jetzt passiert was gut ist achtung jetzt müsste aufpassen jetzt müsste aufpassen jetzt müsst ihr aufpassen leute da ist der chi soldat mit der sniper und er hat schon was gewittert und das ist bestimmt kein wildschwein so kommen wir rein ja lauf rein stop 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 also er muss sein dickes geschäft ablassen er hat natürlich keinen plan was jetzt passiert er schießt einmal schießt natürlich daneben und jetzt müsste es gleich passieren es gibt noch einen kleinen fight und da können wir sehen wie der camper stirbt meine freunde und jetzt lacht mal schön ab gute nacht camper gute nacht blitzkrieger du was liegst du da unten leute das ist der held des tages robbie blackel du hast es geschafft du hast einen camper eliminiert und sieht auch noch relativ gut aus ich hoffe dieses kleine camper video hat euch gefallen und ähm bis zum nächsten mal euer youtube gamescom auf der playstation 3 ich sage tschau und warte mal achterbahn und wer ist das eigentlich in der mitte das sieht aus wie jesus ne warte mal das ist jemand anders wer könnte da sein wer könnte da sein oh also er hat eine tote taube in der hand oh ich glaube der wichst sich eine aber ich bin mir nicht sicher leute haut auf jeden freien bis zum nächsten mal tschau boah ich hasse den kinomodus wir sind in meinem schwindelig hier ich muss gleich kotzen spaß bis zum nächstenmal bis zum nächsten mal